Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum eventuellen, naja fast Finale. Wir bringen den Krieg jetzt nicht mehr zu den Gegner, sondern der Gegner bringt den Krieg zu uns. Und damit wir die Stadt nicht alleine verteidigen müssen, habe ich mir noch Verstärkung wieder geholt. Ja, der Check, oder? Ja, der Check ist die einzige Verstärkung. Du bist es ja nicht. Ja, ich bin der Hauptprotagonist, der Daniel, der manchmal von seinem Sidekick tatkräftig zum Ziel gebracht wird. Ja, und der Sidekick, der ist dafür da sehr häufig, dass wir das Spiel nochmal neu laden müssen, weil da wieder irgendwelche Scheiße reingetreten ist. Aber dafür schleicht er ja wie ein Weltmeister. Ich kann nur ballern. Und snipern kann ich auch ein bisschen. Oh, ich habe sogar noch einen Sniper. Ja, vertauschte Rollen. Ich wollte es gerade sagen, vertauschte Rollen, normalerweise habe ich immer die Sniper in der Hand. Genau. Aber gut. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie macht die gerade Spaß. Nee, die taugt mir zum Beispiel gar nichts. Da sind wir in irgendein fiktive Zukunftsszenario und sonst was. Und dann kann die Sniper nur einen Schuss und dann muss ich nachladen. Das ist albern. Wie viele Schüsse willst du denn mit der Sniper auf Gegner absetzen? Das sagt nicht Gatling-mäßig. Ja, nee, aber nicht nach jedem Schuss komplett nachladen zu müssen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Delta. Ja, aber da hebst du doch nur diese Nachlademechanik in den Vordergrund. Wer sagt nicht, dass ich da drei Schüsse immer setzen kann, bevor ich nachladen muss? Wir holen, bringen Sie uns dort hin, wo auch immer das ist. Was sind das für Ingenieure, die die Waffe entwickelt haben? Da fließt doch schon wieder was. Der Autor, helft meinem Trupp, das Gebiet zu sichern. Alles klar, Carmine. Gehen wir da vorne, Deckung. Oh, ein großes. Was ist los, sie sind wir? Die wäre so kleine. Holen wir uns nochmal Gegner. Wie lange noch, bis ich das Ding abfeuern kann? Äh. Ach, das macht mir den Bauch auf. Schuss, die verdammte Anzeige hängt bei 83 Prozent. Dann heben Sie nicht. Und jetzt, Feuer, Feuer. Alter, gehen wir doch auf diese Weiterentdeckung. Das ist ja... Uh, der macht aber Aua. Warte mal, da fällt mir doch ein. Der Hammer ist nicht wieder runter. Und noch einmal. Klar, für Granate. Na gut, dass wir den Hammer haben. So, der SV. Oh, Träger sind erledigt. So, wenn ich jetzt die Lenzer-Munition mit Granate... Was kommen denn da? Achso, äh, was ist das denn da vorne? Hä? Hast du mir da vorne geschaut? Sind wir jetzt bei Power Ranger? Warte, warte, warte. Ich bin hier grad... Irgendwie bleibe ich ja jedes Mal in der einen Ecke hängen. Oh, den nimm wir doch mal mit. Macht der? Macht der irgendwas? Das waren alle. Der neue Hammer funktioniert. Ja, aber nur in der Nähe dieses... Wir müssen noch aufgestellt werden. Alles klar. GBA direkt voraus. Uh, kann ich den Steuern da vorne? Oh Gott. Ich hab' keine Ahnung, ob das sinnig ist, was ich da grad mitschlepp. Das Ding kann nichts. Der Leiter muss. Los auf den Wagen, Delta! Der Wagen. Kann ich da durch den Hintern in die Rüstung rein, ey? Da ist auf jeden Fall ne Leiter. Die seh' ich. Ein Leiter. Ach so. Und hier geht's auch hoch. Also. Hä? In den Wagen. Ernsthaft? Ich wollt' da noch einen Witz machen und sagen, das ist mit Sicherheit nicht der Wagen, der gemeint war. Komm! Wenn du fertig bist, bring deinen Sender zur Zielposition! Danke fürs Mitnehmen, Cole! Mach es, Schatz, mit dem Rücken! Ich helfe, wo ich kann! Das ist wohl der... ...teuerste Aufzug, den sie gegeben hat. Tiles! 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 Ach du wieder! Eine Haltestelle! Drei Tiles! Na, Karabier ist nah! Kämpfen wir uns durch! Bair! Der Regio-Trupp kann nicht landen! Unser Raven steht unter Beschuss! Ratet einfach so schnell ihr könnt und platziert den Sender! Das gilt übrigens für alle Trupps! Wir haben hier eine Menge Wärmesignaturen! Na! Wegen dieser ganzen Verantwortung habe ich die Armee verlassen! Warum schleppe ich eigentlich das Teil mit mir mit? Äh, irgendwie macht das nichts. Muss man auf die Schießentaste drinnen, vielleicht? Ach danke! Ach, Schießentaste! Hm? Muss man mit dem Spiel schießen? Nee, 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 nee. Wir müssen da raus! Los jetzt! Oh, oh! 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 Okay! Können wir uns einen Power-Rain schon wieder haben bitte! Netz! Der Pilesender! Wir brauchen den Hammer! Negativ, negativ! Befehl aufheben! Platzier ihn im Gebäude auf der anderen Hofseite! What? Wir brauchen den Hammer! Warum? Wir müssen die Abdeckung maximieren! Darum! Verdammte Scheiße! Okay, Verrsch! Und erledigt! Hey, Nehmer! Neh, ich renne mal irgendwo, ne? Damit ihr vorbeikommt! Äh, wo muss man denn sagen? Ach so, da hat er so viele Flecken! Hey, Nehmer! Hey, Nehmer! Was kann das gar nicht hier machen? Du Idiot! Geh wieder in Deckung! Alter, ich werfe aber auf nichts, ne? Ja! Kann der mal einen kurzen Moment vielleicht stehen bleiben? Verfluch, quicker! Aaaaah! Ach, verfluchte Kacke! Ich war jetzt gar nicht überfordert! JT, kommst du mal und hilfst mal kurz? Ja! Ein verdammter Ausflug in die Vergangenheit! Ich habe, glaube ich, so eine Klima angeschossen! Möge, nimm dich! Autsch! Autsch, aus! So ein schlechter Zeitpunkt! Ich habe keine Ahnung, ob ich das... Na gut, ich nehme das jetzt mal mit! Alter, verwatten da die ganze Zeit wie ein Hörner! Das wären zwei gute Arbeit! Ich schicke einen Satelliten zu dir! Bin ich jetzt hier richtig? Jetzt bewegen ich das nicht wieder im letzten Moment, ey! ich hab jetzt mal die übenband hier angeschossen das fand er nicht lustig Alter der Wacken ist so bescheuert na ich hab vielleicht von 10 Schuss hab ich bis nach 2 getroffen Ah ok hab wieder was So dreh dich nochmal um Ah nicht mehr nicht mehr zum Anliegen Ah jetzt Ah Ah ist tot ok Wuh Der Held hat doch noch kein Ziel-Munition-Zielwasser getrunken Ich weiß grad gar nicht was ich hier mach ich fühl mich hier so völlig federnblatt Gebäude säubern sonst können wir den Sender nicht platzieren Ich werde die Money mitnehmen da ist mit Sicherheit noch Longshot dabei Oh oh Da ist Tails oder? Da ist er Tails Nein Nein nicht im Kampf nicht im Kampf Das ist diese blöde A Oh das kann doch nicht während des Kampfes passieren Ah Ich vergesse jedes Mal dass der Check eigentlich ziemlich viele Fähigkeiten hat Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin irgendwo Oh Du bist im nächsten Gebäude gewesen Das ist korrekt Oh shit Das sind so viele Gegner Ich hab keine Ahnung und ich lauf grad völlig planlos durch die Gegend Ich dachte hier müssen wir hin Oh scheiße da kommt ein ganz großer Hilfe Mimimi Bin ja da Nicht da wo ich bin sonst würdest du auch rennen Im engen Raum Achso Okay Wie kriegen wir dich jetzt grad Oh ey da hat's irgendwie auf mich abgesehen Ich weiß nicht warum Kannst du nochmal vor's Haus? Ich hab da Äh gleich Ich hab da grad im Haus noch ein bisschen Farge Ich hab da grad nen Yogi Oh Gott Oh Gott Ich krieg dir nicht mal ein Alter Wie der mich da Blitzgranatiert Das ist doch auch Ein, 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 ein Kollen Yogi Jaaa Was haben wir denn für den? Und ich hab seine exklusive Aufmerksamkeit Ne jetzt hab ich den Na jetzt sind wir Na ist ja schön, du schaffst es schon Hier ist der Held Jaaa Drinnen Viecher Achso warte mal Ich hab den übernommen Lol ich hab den übernommen Ja noch ist erstmal drinnen alles platt Du meinst da wo keine Gegner mehr sind? Ja da wo jetzt keine Gegner mehr sind Wie wahr Nein ich lüfte gar nicht Was will denn alles? Ey Ich will doch nur meine Ich will doch nur meine Wo ist denn meine Wache? Da ist nur ein Lancer So Ich zähle sich gleich wieder um Achtung Oh oh Das hat er nicht gemacht Das hat er nicht gemacht Ich häng fest Ey da machst du ein bisschen Schaden an ihm Und dann ist er sauer Ich versteh gar nicht was sein Problem ist Kann ich dich mal umdrehen? Ich will mal ins Gesicht rotzen Oh Gott wo schieß ich denn hin? Was ist das? Was ist das? Man kann einen Schaden umschmeißen Kann es sein dass du mich da Gott völlig mit ihm allein lässt? Ja ich flitz mit ihm durch die Komplikate Willi wir machen mal um? So sag Headshot Komm einer geht noch Naja Zieh die Muni vielleicht Komm Jetzt da Bleib los und Ach der Kopf ist weg Kopf ist weg Ist ja nervig Vor allem zäh Oh nein Ich will doch nicht stimmen Ähh Impuls So jetzt müssen wir eigentlich einen Pile-Sender glaube ich ähm Aktivieren Ja der ist unter dem Gebäude Unter dem Gebäude? Ja kann wahr Wir müssen wohl irgendwo runter Na ja vielen Dank Also da wo geschossen wird schätze ich mal geht's weiter Ja Da geht's weiter So Marcus der Pile-Sender Nimm dabei rauf wir kommen Du leisen Munition wenn du brauchst ne Hier ist auch noch mal Nimm ruhig Ja weil ich hab grad äh ziemlich gut ausgerüstet Ach hier ist der Pile-Sender hier muss der hin Ich seh das Signal Schnapp euch die Ziellaser Alter draußen ist schon wieder irgendwo was Bisschen da ist was angeschossen Das Gelbe vielleicht Hä? Und jetzt machen? Geschafft! Machier das Ziel mit dem Laser Die Satelliten machen den Rest Töten wir sie Delta Der Schwerung kommt jetzt rein Ach scheiße Nicht mehr genannten Platz! Mehr wohl noch mal, warte noch nicht. Komm ich da noch in die Munition rum? Oh, da kommt noch viel mehr. Warte, ich krieg die Munition halt. Was ist das denn? Ach, das ist der Fall. Hammer der Morgenröte. Ja, mit dem Spielen schon die ganze Zeit. Aha. Platz! 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 Was ist denn? Ey, wo kommst du denn da? Und weg. Das war's. Akademie ist sauber. Kann ich den jetzt immer benutzen? Wir haben unseren Treffen erwischt! Verwundet, der Ungefallene! Wir brauchen Hilfe! Jetzt! Oh, shit! Verstanden, Paddleck! Delta, Paddleck braucht Hilfe beim Grabmal! Verstanden! Sind unterwegs! Ja, wie ist er das gerade? Kann er jetzt? Kann er jetzt? Abschlussabsturzstellen! Hier drei schlafen aus! Ich bleibe zurück und schütze den Sender! Hm. Kann man denn da einfach mit der Morgenröte dahin schießen? Ja, ich überlege gar nicht, ob ich den Peilsender mitnehme. Ich befürchte nur, das ist einfach nur ein verlorener Waffenslot, weil das Spiel sagt nein. Wahrscheinlich. Ja. Ich schätze mal, das ist halt dieser Super-Waffenslot, oder? Den du halt... Nee, das ist nicht. Der braucht einen normalen Waffenslot. Oh, jetzt bin ich ja gebeamt. Wo bin ich jetzt? Bist du bei mir, weil ich wohl ein Stück zu weit gegangen bin. Dann hat sich das jetzt gerade erledigt. Dann habe ich jetzt keinen Peilsender mehr. Wollen wir das auch noch mitnehmen, falls wieder so ein großes Licht kommt, was das Maul gestoppt haben will? Oh, Fünferpäckchen. Da freut sich der Papa. Oh, kann ich das Munitionen... Wollen wir nochmal? Ist das... Nee, das ist Overkill. Achso, nee, brauche ich nicht. Ich hatte ja gehofft, das ist so ein Munitionspack, wo Overshot-Money drin ist. Der Helm hatte schon mal... ... bessere Zeiten gesehen. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich vermute morgen... Achso, andere Richtung. Ja. Komm schon, nach unten. Einmal rutschen, bitte. Mach 2,50. Schön, dass diese Rutschstellen immer denselben Winkel haben. Oh, oh. Siehst du das? Die wollen wohl Schwarmstock errichten. Falsche Waffe. Ich schau das mal nach. Äh, ist da gleich noch was. Äh. Ja, hinter jedem siebten Schleimbeutel ist ein Vieh. Guckst du auch mal Star-Wars-Figuren drin sein können. Was war das? Was ist das? Oberkill draußen. Oh, Mann. Oh, Mann. Nicht, 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 nicht schießen! Äh... Das war halt ich. Das war halt ich. Also, die Dinger. Oh, nein, sind die doch wieder da. also ich habe zwar einen Sack angeschossen, aber den anderen Dude, den hat der, 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 der komische, der hat immer angeschossen also man kann die auch, man kann die Dinger auch messern, ne? ja, ich bin da immer dabei oh, Messer im Magen, im Magen, irgendwie nicht da sparen wir wirklich nur den Mund oh, da war einer ich habe das Sipte erwischt das ist aber ein hässliches Spielzeug oh, oh, fuck, 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 fuck was ist denn das hier für ein Labyrinth? oh, check, mach, gute Arbeit oh, 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 oh das ist doch ein Witz na toll jetzt haben wir alle aufgeweckt, na herzlichen Dank ja, die können sich nur nicht so ganz entscheiden, was ich gerade machen weißt du was? noch mal anders da den kriege ich doch so ne, kriege ich nicht wieso? wieso? ich war doch hinter ihm echt? du bist gestrich 난 oh, Shit, da habe ich mich gesehen da gibt es nichts zu sehen, geh weg ach komm wenn du so gleich dann kriegst du auch ein bisschen blei im magen kann es sein dass wir jetzt uiuiui da sind aber viele ok der ist weg der ist weg auch teils aber nur eins oder ne zwei teils so lass mich doch mal da hinten anschleichen wo bist du eigentlich unten ok ich bin glaube ich schon versehentlich weiter hochgelaufen das war clever das war clever wieder gut hingekriegt so aufhören mich mit mir zu folgen weg so wieso bist du nach oben gekommen ich bin einfach in gang lang gelaufen ok jetzt bin ich wieder bei dir hä? was? Achtung da ist ein klotz oh 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 ey wie unfair ist das denn ich durchsuche hier alles und dann bin ich zu dir geblieben was ist hier los? was zum teilen? was kommt denn für party? ok aber machen wir doch mal äh wo ist er denn jetzt da? wir sind auf dem Weg Paddock, haltet los! das bringt ja auch richtig viel das macht doch auch nur 10 ok ich seh nichts mehr oh Moment ich hab doch immer zu mir weh ahah was für uns? ah ja naja oh jetzt komm wir können nochmal stromen oh die seid exakt? wirftet mir die granale direkt vors Gesicht ja hab ich auch oh Moment ich blech weg auch irgendwo ist das eine Drohne, ach da ist sie ja ja Drohne ist weg und der Gegner hat mich im Visier, das hat er gar nicht gemocht ich laufe jetzt mit ihm mal ein bisschen Ring Ringerei da hinten kommt noch einer zeig mir die Drohne und ich zeig dir wer du bist nicht eine feige Socke, ach du heilige, das ist ein großer mit einer Drohne ein richtig großer Drohne hat aber nicht verfehlt weg ist er hmm hmm was ist denn jetzt für der Nix, da drauf schießen ging gar nichts. Hat die Granate denn jetzt getötet? Wow, 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 wie viele Viecher sind denn da noch? Jetzt aber. Ich probiere da auch noch. Oh, da werden Raketenwerfer gelegen sowieso schon. Naja, wir brauchen keinen Raketenwerfer. Wir haben Skill. Und Check. Und Check. Oh nein, da ist... Dich wollte ich doch jetzt gar nicht. Lockst du schon über alles an Gegner an, was du findest? Ich suche Munition eigentlich. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich mehr gebraucht, was ich gefunden habe. Naja, ne? Nimmst du nochmal Teils. Könnte es sein, dass ich ihn oben gefunden habe, wo du vorhin es warst? Ach komm, warum hast du denn so viele Cooldown-Checke? Mein Wege. Äh, ich sehe hier keinen Fake-Fifer. Vorschläge? Was ist das denn los? Was ist das denn los? Schott den Lift. Ja, ich habe einen Lift gefunden. Ach man, ich wollte hier nochmal impulsen. Das ist los. Was ist das denn los? Ach man, ich bin los. Was ist denn los? Ach klar. hier noch irgendwas sieht nicht so aus naja komm ich du kommst wo du denn überhaupt sind hier geht es rein hier ist der Aufzug habe ich aufgemacht